Yo, was geht ab meine lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen zurück zu FIFA 19 mit dem FC Bayern München. Heute gibt es das Rückspiel im Champions League Viertelfinale und zwar müssen wir gegen den AS Rom. Ja, wir schauen mal ganz kurz auf die Begegnungen im Viertelfinale, die sehen wie folgt aus. Benfica Lissabon gegen Real Madrid, Hinspiel hat der Real mit 3 zu 1 gewonnen, dann der FC Barcelona gegen die FC Valencia, Hinspiel hat der FC Barca mit 1 zu 0 gewonnen. Der FC Bayern München hat gegen Rom in Rom im Hinspiel mit 2 zu 0 gewonnen und das letzte Spiel war der SSC Neapel gegen Atletico Madrid. Hinspiel 3 zu 0 für Atletico Madrid, also die spanischen Teams, Real, Barca und Atletico geben wieder Vollgas. Und mal schauen, wer dann im Viertelfinale, wer dann alles ins Halbfinale einziehen wird und wer dann da gegeneinander spielen wird. Also wir müssen heute erstmal gegen Rom bestehen. Hinspiel 2 zu 0, das heißt wir haben echt gute Voraussetzungen ins Halbfinale zu kommen. So, wir spielen auf Ultimativ 6 Minuten und jetzt gibt es natürlich nur einen Kurzblick auf die Aufstellung. Also vorne natürlich Robert Lewandowski, Montan, Top-Toriger in der Champions League mit 8 Toren. Links Kingsley Kommand, rechts Robben, der ist nicht ganz fit, aber mir fehlt die Alternative und deswegen muss er heute von Anfang an ran. Dann James Rodriguez, Thiago Goretzka, Mittelfeld und Yappe mit Alaba, Kimmich, Boateng und Varane. Und im Tor natürlich Manuel Neuer. Ja, soweit dazu und jetzt kann es losgehen. Champions League Viertelfinale, das Rückspiel. Der FC Bayern München hat souverän im Hinspiel gespielt, hat das Ding mit 2 zu 0 gewonnen. Und jetzt das Rückspiel. Und da sind wir angekommen, der Allianzerin. Es regnet, aber das wird beide Teams hier nicht abhalten, alles zu geben. Klar, Rom muss hier alles geben. Die müssen alles nach vorne schmeißen, um hier noch irgendwie ins Halbfinale einziehen zu können. Denn ein 2 zu 0 der Bayern war schon ein richtig starkes Ergebnis im Hinspiel gegen die Roma. So, die Bayern-Fans natürlich auch restlos ausverkauft hier. Ja, reden natürlich restlos ausverkauft hier und hier sehen wir es. Ja, wir werden natürlich nach unserem Spiel sehen, wer denn dann alles im Halbfinale steht und wer gegeneinander spielen muss. Es ist natürlich dann, ja, hochklassige Besetzung. So, jetzt will ich sagen, genug gequatscht, jetzt geht es los. Champions League Viertelfinale. Es kann beginnen, Anschluss für die Bayern. Und damit läuft das Viertelfinal-Rückspiel. Die Bayern natürlich mit sehr, sehr guten Voraussetzungen hier ins Halbfinale einzuziehen. Das Hinspiel mit 2 zu 0 gewonnen. Die erste Chance geht direkt an die Bayern. Dann, rechts da der Ballverlust von Thiago. Aber ein 2 zu 0 kann ganz schnell kippen. Man sollte sich definitiv nicht auf diesem Ergebnis ausrunden. Zwei Tore, die traue ich Rom auf jeden Fall zu. So, Leon Goretzka im Sechzehner. Goretzka vom Ball getrennt. Und dann hast du wieder der weite Befreiungsschlag. Aber die Bayern halten den Ball über Kingsley, Komma. Gut gespielt und jetzt schon James Rodriguez. Stark gespielt und die erste dicke Chance nach 5 Minuten für den FC Bayern München. Lewandowski steckt durch zu James Rodriguez. Eigentlich ist der Torhüter der Rom zur Stelle. So, Ecke für die Bayern. Kurze Variante, da ist Robben natürlich mit dabei. Weg zurück zu Varane. Varane zu James wieder. James raus zu Alaba. Alaba probiert es. Stark. Aber wieder der Torhüter dazwischen. Ich bin ja gespannt, wer bei Rom im Tor steht. Ob sie das noch nicht lesen können. So, jetzt vielleicht mal die Chance für die Italiener. Aber gut hier aufgepasst. Alaba dazwischen. Da ist Goretzka. Thiago und außen Kingsley, Komma. Viel Platz für den Franzosen. Komma zu Lewandowski. Nein. Zweite Chance. Auch nicht. Zweimal wurde hier Reingabe abgeblockt. Zweimal. Kommt, der passt leider nicht an. Und hier sehen wir nochmal Sergio Asenio im Tor. Bei der Rom. Na. Und hier nochmal die Glanzparade gegen James Rodriguez. So, nächste Chance. Eckball für die Bayern. Rodriguez. Oh nein, da steht Lewandowski. Knapp vorbei. Robert Lewandowski. Dann kann er ja nicht genug drücken. Und er geht am langen Pfosten vorbei. Der Ball von Robert Lewandowski. Von daher bleibt es erst beim 0 zu 0. Aber die ersten 10 Minuten gehören hier absolut dem Bayern. Die wollen hier das Tor machen. und wollen ein bisschen für Sicherheit sorgen. Aber jetzt mal Edin Dzeko am Ball. Dzeko mit der Hereingabe. Neuer geht auf Nosea. Schmeißt sich rein den Ball. Und oh, das war schwach gemacht. Der Ball kommt nicht an. Bei Kingsley Coman. Jetzt die Chance für Rom. Direkt hier umzusteigen, um für Gefahr zu sorgen. Da ist Sharavi. Kularov. Sharavi. Und Neuer. Gut gespielt. Von den Italienern. Und Stefan El-Sharavi. Hat dann den Abschluss. Auf den Fuß. Und Manuel ist zum Glück zur Stelle. So, Pastore mit dem Eckball. Hoch. Hinein. Erstmal rausgeköpft. Die nächste Chance. Bahn sie an für Rom. Also so langsam kommen die Gäste ein bisschen besser rein ins Spiel. Die Bayern hatten jetzt die ersten 10 Minuten echt gut gespielt. Aber langsam meldet sich Rom in diesem Spiel zu Wort. Mal schauen, wie das dem Bayern gelb fällt. So, Robin gut spekuliert. Aber dann, warum spielt er denn da raus und nicht zu Goretzka? Der hätte viel mehr Platz gehabt. So, nächste Chance. Da ist Schick. Und Sonsi. Aller war dazwischen. Und ab geht es wieder in die andere Richtung. So, jetzt langsam wird das hier ein offenes Spiel. Die Bayern versuchen das 1-2 zu machen. Und Rom versucht ebenfalls in Führung zu gehen. Aber bis jetzt noch kein Tor am heutigen Spieltag für die Bayern. So, da ist Goretzka. Und jetzt haben die Bayern mal ein bisschen Platz. So, Leon Goretzka. Goretzka, Goretzka. Und der zögert er zu lange. Dann zögert er zu lange. Und verliert den Ball. Und hier sehen wir es beim nächsten Mal. Die Bayern zu Hause gegen Bremen. Aber das interessiert heute niemand, was beim nächsten Mal ist. Heute zählt Champions League. Und heute wollen beide ins Halbfinale. So, gut, die macht hier von Kingsley Coman. Aber dann fehlt ihm der Schwung. Coman, aber immer noch ein Ball. Coman, Kingsley Coman. Was macht er jetzt raus? Legt es zurück zu James Rodriguez. 25. Minute. Nächste dicke Chance für die Bayern. James Rodriguez nach dem schönen Solo von Kingsley Coman. Setzt dann James Rodriguez den Ball vorbei am Tor. Weiter geht's. Abstoß für Arsenio. Und da ist Jesus. Da gibt es den Sonsi. Jetzt wieder Sharavi. Pastore. Gut gemacht von Boateng. Und da ist Kimmich. Kimmich. Uiuiui. Weg damit. Das ist ein bisschen gefährlich. So, jetzt Leon Goretzka. Schickt Robben auf die Reise. Robben in der Mitte ist Lewandowski frei. So, Robert Lewandowski mit der Chance. Mit dem riesen Pech. Trifft nur den Pfosten. Robert Lewandowski. Die Führung für die Bayern wäre jetzt dann schon mal fällig. Das war jetzt die dickste Chance im ganzen Spiel. So, nächste Chance. Goretzka. Sucht Robben. Verliert den Ball. Da ist Edin Dzeko. Weiter geht's zu Sharavi. Und Sonsi. Und Kimmich. Rodriguez. Thiago. Da gibt es wieder näher an. Thiago viel Platz. Dann Robert Lewandowski. Lewandowski macht das gut. Dann die Chance. Das gibt es ja nicht. Thiago. Jetzt wird so langsam überfällig. Riesending hier für Thiago Alcantara. Jetzt wird es wirklich so langsam überfällig. Die Führung für die Bayern. Lewandowski hat jetzt eine richtig dicke Chance gehabt. Thiago und die nächste. Oh, schade. Und da wäre Goretzka durchgestattet. Das hat Lewandowski gesehen, aber der Ball ist vorher schon wieder weg. So, jetzt Achtung. Achtung. Gut gemacht hier von Varane. Starker Einsatz im Zweikampf. Und ab geht es in die andere Richtung. Und vorhin ist wieder Kingsley. Komma. Auf und davon. Komm schon. Komma. Will ihn da vorbeilegen. An Gegenspieler gelingt ihm nicht. Und oh, oh, oh. Das war riskant. Und die Bayern drehen sofort um. So, Lewandowski. Die Chance. Das gibt es doch nicht. Dicke Chance wieder für Lewandowski. Und ja, man hofft natürlich jetzt bei Rom, dass die jetzt langsam die Führung machen. Wenn die Bayern solche dicke Chancen liegen lassen, dann riecht sich das normal immer. Harter Zweikampf. Trotzdem der Ball bei den Bayern. Da ist James Rodriguez. Der hat auch schuldige Chance gegen Rodriguez. Und wartet auf Lewandowski und verliert den Ball. Schwieriges Spiel für die Bayern. Jetzt Achtung. Neuer will raus. Und ist da und greift sicher zu. Und ab geht es über Komma. Der verliert längst den Ball. Aber Alaba holt ihn sich nochmal. Und wieder nach vorne. Kingsley Komma. Wieder Rom dazwischen. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit laufen. Bis jetzt 0 zu 0. Aber es ist ein sehr ansehnliches 0 zu 0. Weil die Bayern viel investieren, um hier das 1 zu 0 zu machen. Aber bis jetzt noch nicht das Glück hatten, auch den Ball nicht mal im Tor unterzubringen. Nächste Chance für Rom. Die lauern natürlich. Auf das 1 zu 0. Aber hier auch wieder die Bayern souverän dazwischen. So, jetzt vielleicht nochmal die Chance kurz vor der Halbzeit. Lewandowski. Liegt ab zu Goretzka. So, Leon Goretzka raus zu James Rodriguez. Gut gesehen. Rodriguez. Goretzka. Den kriegt er noch. Robben. Auf dem linken Fuß. Robben. Auch mal abgefälscht. Nochmal die Bayern. Die geben hier nicht auf in der ersten Halbzeit. Lewandowski jetzt. Nein. So. Das war es. Unglaublich. Wie es Romay wieder schafft, die Bayern hinten komplett dicht zu halten. Äh, ja. Die komplett fern zu halten. Es ist unglaublich. Die Bayern und die Römer. 0 zu 0 zur Halbzeitpause. Die Bayern hatten unglaubliche Torschance. Die hätten das Ding ja auf jeden Fall in Führung bringen müssen. Aber bis jetzt steht es 0 zu 0. Für Rom ist das natürlich ein Erfolg, hat ich jetzt mal gesagt. Für die Bayern, ja. Da muss ein bisschen mehr Zielgenauigkeit her in der 2. Halbzeit. Die hätten definitiv hier das Tor machen müssen. Gut. Soweit dazu. Dann schauen wir noch weiter in der 2. Halbzeit, was da so geht. Robben. Ja, wie gesagt. Der ist nicht schon angeschlagen. Reingegangen in dieses Spiel. Ist nicht ganz fit. Aber muss durch. Denn mir fehlen die Alternativen zum Wechseln. So, jetzt geht es weiter. Zweite Halbzeit läuft. Wer kommt ins Champions League Halbfinale? Bis jetzt immer noch die Bayern. Allerdings, ja. Sie haben viele Chancen liegen gelassen. Und es heißt ja nochmal, wer die Chancen liegen lässt, das rächt sich dann. So, erst die Chance für Rom. Ganz, ganz tückische Flanke hier. Fliegt vorbei an Freund und Feind. Und dann hinten Charavi. Der den Ball da irgendwie noch aufs Tor bringt. So, nächste Chance, Ecke für Roma. Gut hinein. Erstmal raus den Ball. Nächste Chance. Und oi, oi, oi. Das müsste ein Sonsi gewesen sein mit seinem Abschluss. Dicke Chance. Alaba rutscht vorbei. Neuer wäre da nicht mehr reingekommen. Glück für die Bayern. 49. Minute läuft. Immer noch 0 zu 0. Klar, für die Bayern ist es natürlich nicht schlecht, dieses 0 zu 0. Aber wenn hier zwei Tore fallen, dann brennt die Bude hier in München. So, komm mal. Schöne Flanke. Ah, die Flanke kommt wieder nicht an. War eigentlich gut gedacht. In der Mitte waren die Mitspieler. Hier sehen wir es. Die Bayern-Fans, die zittern so ein bisschen. 0 zu 0. Hört sich eigentlich richtig sicher an. Aber, wie gesagt, sobald hier ein Tor fällt, brennt es. Und wenn dann noch ein Tor fällt, dann haben wir auf einmal eine mögliche Verlängerung vor uns. Aber das überdenken wir noch nicht. Lewandowski. Ah, kommt nicht durch. Bleibt hängen. Und jetzt Scharavi. Klar, Rom wird jetzt immer mehr investieren. Um hier da noch die Führung zu erziehen und dann vielleicht das 2 zu 0 zu machen. Aber die Bayern werden das natürlich verhindern wollen. Gut gemacht hier. Auch gut aufgepasst von Goretzka. Oh, Fehlpass von Goretzka. Und dann ist Varanda, aber auch mit dem Ballfluss. So, Cecho im Setz. Das ist gefährlich. Und wie das Manu Neuer zur Stelle. So, wir werden da jetzt aber trotzdem mal wechseln. Robben ist einfach fertig. Den tun wir raus und bringen dafür mal Thomas Müller neu ins Spiel rein. So, hier nochmal die Chance. Edin Cecho. Gegen Neuer. Neuer bleibt Sieger. Also die zweite Halbzeit gehört bis jetzt den Italienern aus Rom. So, nächste Chance. Scharavi schön reingelegt. Kopfball kommt und Neuer ist zur Stelle. So, Alaba. Uh, das ist gut gemacht von Sonsi. Aber die Bayern bleiben auch so am Drücker. So, da ist Lewandowski. Da ist Goretzka. Außen ist Müller. Und da ist die Chance für die Bayern. Thomas Müller. Macht den doch. Nein, er macht ihn nicht. Er scheitert an Arsenio. Riesenschance hier. Für die Bayern. Thomas Müller, der frische Spieler. Der frische Mann auf dem Platz. Und dann vergibt er diese Riesenschance. Und jetzt Einwurf für die Bayern. Pastore geht runter bei der Roma. Neu auf dem Platz. Werden wir wahrscheinlich gleich links oben sehen. Die feiern ausgeführt. Pellegrini. Da ist Thiago. Goretzka. Da startet James Rodriguez. Der bekommt den Ball und macht es. 64. Minute. Es ist passiert. Das überfällige Tor ist es da. Und das gibt dem Bayern jetzt die Sicherheit. Die Bayern führen. James läuft. Goretzka sieht es. Und dann macht er das Ding rein. Endlich. Die Roma ist geknackt. Die Bayern führen mit 1 zu 0 gegen den AS Rom. Es hat funktioniert. James Rodriguez. 64. Minute. Sein zweites Tor in dieser Champions League Saison. Die Bayern mit der Führung. Und damit wahrscheinlich auch mit dem Schritt ins Halbfinale. Denn jetzt braucht Rom drei Tore. Verlängerung ist ausgeschlossen. Klar ist es ja noch 25 Minuten zu spielen. Aber drei Tore in München gegen die Bayern. Das ist nicht einfach. So, nicht so. Kingsley Coman. El Coman. Bleibt hängen. Weiter geht es mit einem für die Bayern. Ein Sonsi geht runter. Ich fand ihn einen von den stärksten bei den Römern. So, Thiago. Goretzka. Müller. Ist natürlich nur frisch. Der kann sich hier mal in Zweikampf durchsetzen. Aber dann sind es zwei Stück. Der hält aber erst den Ball. Und dann in der Passiv Mitte kommt die an. Es scheint so, als wäre... Rom gebrochen. Die Bayern kommen jetzt so. Nicht so. James Rodriguez. Das ist die Entscheidung. Rom ist gebrochen. Die Bayern mit dem Doppelschlag. Damit ist die Buchung fürs Halbfinale durch. Damit stehen die Bayern im Halbfinale. Die Bayern-Fans feiern ihre Leute. Und die Bayern führen. Mit 2 zu 0 zu Hause gegen Rom. Und das war's. Und jetzt werden wir... Ich bin ja sehr gespannt, wer uns dagegen nimmt. Halbfinale. Dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass es einer von den großen Spanien wird, ist sehr groß. James Rodriguez. Sein drittes Tor. In dieser Champions League. Heute mit dem Doppelpack gegen Rom. Wie gesagt, ich vermute, dass es die drei Spanier ins Halbfinale schaffen werden. Also Barcelona, Real Madrid und Atletico Madrid. Aber wer's dann wird, das werden wir jetzt dann gleich nach dem Spiel sehen. So, nochmal die Möglichkeit für uns kurz zu wechseln. Wen haben wir nun? Als Sanchez der Freien für Goretzka. Und außerdem Martinez für... äh... Boah... Für Boateng? Ne, keine Ahnung. Komodov runter. Gnabri darf nur ein bisschen rein. So, Eckball nochmal für Rom. Wechsel bei den Bayern. Und jetzt... Charabie steht am Eckballpunkt bereit. Hoch hinein. Neuer bleibt auf der Linie. Uh... Nicht ungefährlich. Der Kopfball von Der Rossi. Alaba war eigentlich aber auch gut gestanden. Den hätte er auch wahrscheinlich geblockt. Weiter geht's. Mit den Bayern, die das Ding jetzt hier doch souverän in der eigenen Hand haben. Führen wir 2 zu 0. Gesamt damit also 4 zu 0 das Ergebnis. So, und jetzt nochmal die Bayern. Ha, schade. Der Ball kommt nicht bei Müller an. Ja, die letzten Minuten laufen hier langsam. 13 Minuten noch zu spielen. Rom bräuchte 4 Tore. Um hier noch weiter zu kommen. Aber das... Ich sehe es, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. So, Eckball. Rom nochmal hoch hinein. Neuer kommt raus. Faust ist zur Stelle. Alles erst mal weggefaustet. So, Scharavi im Abseits. Weiter geht's mit Boateng beim Freistoß. Ja, 10 Minuten noch. Die beiden werden das jetzt hier gnadenlos runterspielen. Na gut, was sollen die jetzt hier auch noch volle Energie reinlegen? Vielleicht eh nur Serge Gnabry. Ah, bleibt hängen an Kardoskop. Da ist Sanchez nochmal der neue Mann zu Müller. Lewandowski. Lewandowski! Schöner Schuss aus der Distanz. Aber Asenio ist wieder zur Stelle. Kann den Ball da abwehren. So, Chance ist da. Gnabry. Viel Platz für ihn auf einmal. Gnabry. Sucht das kurze Eck. Findet eigentlich nur den Gegenspieler. Aus beiden des Gegenspielers. So, nächste Chance. Wieder Eckball für die Bayern. Kurze Variante. Oh, hätte ja mal klappen können. So, Sanchez. Gnabry. Und Kimmich. Die Bayern haben jetzt alle Zeit der Welt, hier nur schön ruhig durchzukombinieren. Und dann Lewandowski. Und dann ist der Ball wieder weg. Ja, wie gesagt, ich bin echt gespannt, gegen wen es denn dann im Halbfinale geht. Es wird natürlich ein Riesenbrocken. Egal, wer von den Spanien das wahrscheinlich wird. Ich glaube ja wirklich, dass die drei Spanier schaffen werden. Aber wer von den drei, das wird dann natürlich nur spannend. So, Lewandowski hat jetzt nochmal die Chance. Sie macht das Ding rein, aber es stand dem Abseits Thomas Müller. Das wäre dann auch das Tor für Robert Lewandowski gewesen. Aber hier Müller ganz klein abseits. So, 90. Minute läuft. Die Bayern immer noch mit der 2-0-Führung hier. Und jetzt nochmal der lange Ball. Vier Minuten nachspielt sein. Warum es hier vier Minuten oben drauf gibt, das weiß selbst ich nicht. Ganz ehrlich, bei so einem Ergebnis hätten wir schon pünktig abpfeifen können. Da ist nichts mehr drin. Für Rom. So, jetzt verdienen wir die Chance. Rom nochmal am 16. der Bayern. Ja, nicht schlecht, aber auch nichts Dramatisches Neuer zur Stelle. Aber dann der Fehlpass von Thiago. Varane rutscht dann noch ein bisschen aus. Jetzt ein bisschen Heckmeck da. Und dann gibt es halt hier noch Eckball. Ach, komm schon. Das wird jetzt alles unnötig in die Länge gezogen. So, Ecke, Charavi. Neuer fängt ihn. Schiri pfeift ab. Die Bayern im Halbfinale. So, damit ist es offiziell. Die Bayern stehen unter den letzten vier in der Champions League. Souverän. 2 zu 0 zu Hause. 2 zu 0 auswärts. Rom hat sich nicht schlecht geschlagen, aber zum Schluss waren die Bayern einfach deutlich besser. Und Ehe der Spieler des Tages. Zwei Tore. Von ihm. James Rodriguez. Und jetzt bin ich gespannt, wer unser Gegner im Halbfinale wird. Jetzt bin ich echt gespannt, wer unser Gegner im Halbfinale wird. Es wird ein dicker Brocken. Es wird ein richtig, richtig dicker Brocken. Es ist jetzt alles möglich. Real, Barca, Atletico. Eine von den drei wird es, glaube ich. So. Und Atletico Madrid ist schon mal sicher durch, denn die haben in Neapel mit 1 zu 0 gewonnen. Und die anderen Ergebnisse, die sehen wir jetzt gleich. So. Dann simulieren wir mal ganz kurz vor. Und dann schauen wir drauf. Auf die Begegnungen in der Champions League. Europa League. Oh, Halbfinale. Sogar mit deutscher Beteiligung. Mit Leverkusen. Gut. Dann schauen wir drauf. Also. Ja, es sind wirklich die vier Spanier, die drei Spanier geworden. Real Madrid, der FC Barcelona, der Atletico Madrid und die Bayern. Und jetzt kommt die spannende Auslösung für das Halbfinale. Es ist Atletico Madrid geworden. Holla, die Waldfee. Und das zweite Spiel zwischen Barcelona und Real Madrid. Natürlich auch noch ein Hammerding hier. So. Hier nochmal Halbfinale Auslosung. Wir können es uns ja nochmal ganz kurz anschauen. Also, der FC Bayern München gegen Atletico Madrid und der FC Barcelona gegen Real Madrid. Also, die Spanier und die Bayern. Das sind noch die verbleibenden Teams im Champions League. Halbfinale. Wir können ja mal drauf schauen, wann es da rund geht. Und zwar jetzt haben wir das Spiel gegen Bremen, dann DFB-Pokal, Halbfinale gegen Hannover, dann gegen Nürnberg und dann hier Champions League Halbfinale gegen Atletico Madrid. Und dann hier das mögliche Finale. Aber so weit wollen wir noch nicht denken. So. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder gegen Werder Bremen in der Bundesliga. Da geht es nur noch darum, die letzten Spiele durchzuziehen, denn da sind wir bereits sicher deutscher Meister. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt's am Ball. Ciao.